ja hallo mein lieben freunde wir spielen heute eine runde flatt glaube ich ja doch so heißt es mit dem lieben leon hallo erneut erneut mal wieder und so ich habe ich habe jetzt eigentlich hier erstmal ein team erstellt und wo bist du du bist hier ich kann ich neben dir genau hier sozusagen wie komme ich in den chat drück mal kuh dann müssen wir uns dort stehen ich habe schnell eingeladen zu einer gruppe näher stand und beschreiben erst so genau aber ich weiß nicht das war du musst jetzt eigentlich hier bei mir also meine nette siehst du das bei kubel habe ich einmal ein ich bin verwirrt der schießt die ganze zeit herum wie sonst was schießen nicht die basteln alle du musst alles drucken wir müssen das so schnell wie möglich alles zusammenbauen ja aber ja doch ich weiß das was wir hier haben und auch auf join kuh aber hier steht nirgendwo ein jongen müsste müsste oben rechts um rechts um rechts mode setting teams join welches team jetzt ganz einfach geht nehmen einfach ganz viel boole und bauen die meinten was baue übereinander ja dann haben wir ein ganz großes boot als echt penetrator ja ich weiß wie kann man die denn verbinden warte wir haben nur noch acht sekunden wir müssen jetzt sofort auf so ein boot drauf oder baut was du hast da vier sekunden auf so ein boot drauf sofort das boot ist weg nein ich halte ich probiere mich hierauf zu halten das wird witzig und zwar steckt genau jetzt probiert die balance halten wir bei deinem boot die balance halten das ist eigentlich das boot ist ja das boot ist das an ich bin da durchgebracht ich kann schwimmen geil sie ist deine lebensanzeige ich sterbe alter ist es dort laufen ist keiner da ich sehe ein ich sterbe gleich ja kann sein dass ich auch mal sehen dein boot umgekickt habe aber ich bin mir nicht schwimmen ich kann man denn das boot zusammenbauen also die dinge das macht man natürlich gleich weil jetzt wir hatten keine zeit mehr einschaffen und ja dabei muss man halt halt kuh drücken glaube ich ne doch wenn man muss ja ne warte mal mal gut wenn in die badewanne nein 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 ich bin gestorben ich bin ja pass auf wenn du nicht ins wasser fällst dann stoppst ja boah das habe ich auch schon bewährt danke da muss man muss man ja mal so sagen denn illuminati sehe ich hier noch okay stort oder wenn man das heißt ich lerne wenn man ein boot bauen will benutze kein boot genau das ist das schlimmste das schlimme ist ja sogar noch die eisentüren sind effektiver ja warum dann gibt es dann gibt es natürlich bei sniper wie auch immer das geht also die ziel halt immer pro schuss zwölf also in diesem fall zwölf mal zwölf leben runter was gibt es dann noch also kann feuer wachen das smg gibt es natürlich also maschinen ja interessant interessant war also noch so ein bisschen schützt ist immer noch dabei und da dürfen wir uns jetzt eigentlich werden und ja wie unser ja ich stimme die zu ja ja wo hast du gerade geredet musste kurz die tür öffnen warum haben die so mega geile gewehre ja das kann man sich nämlich alles verkaufen und zwar weil bis oben links steht weapons kommt ein grober ja ja ich kenne das schwer natürlich ja ja also illuminati ist voll bei unserer unserer ist natürlich am besten alles geeignet für alles ja ja du kannst die teile abschließen ja muss man ja dort leben ist da hilft ansonsten stirbst du doch geben es das boot zerstören und so und dann soll die Leute zerstören nein du musst keine abschließen und dann stoppst nice mann da liegt ein Lukario du meinst diese Figur ja das Lukario ja stimmt so hieß das Ding ne mhm ja du bist da ganz ähnlich wie viel hell hat unsere Tür Ich weiß nicht, die Tür, die hat 100 noch was gehackst. What the fuck? Ich weiß, das ist voll krank. Aber da hast du natürlich immer noch keine, die überhaupt nicht schwimmen können, die sofort untergehen. Das sind zum Beispiel dieser nette Tisch oder Barrikaden. Genau, das sind nämlich die Sachen, die sofort untergehen, aber Eisentüren... Was machen wir da jetzt? Jaja, der speedet jetzt drüber, sonst muss ich ein neues Ding... Nein, er kann nicht auf andere Sachen drauf. Das ist das Problem an dem ganzen Teil. Ja, jetzt schießen auf die Welt rum ohne Fall die Schüsse. Ja, man. Wir stehen in der Runde in 16, 14, 14, 13, 13, 13? Was? Ich habe keinen Verstand, aber egal. 13, 14, 14, 14, 14, 14. Na, wie die wieder selber laufen? Ja, jetzt. Ja, wir bleiben hier vorne, oder? Ja, das sage ich, ich höre jetzt erstmal ganz... Aber jetzt sind hier doch so viele. Ich weiß nicht. Werden wir immer noch mit dem Team? Wir sind ja schon bei dem Team, ich würde jetzt aber gerne nochmal bei Audio. Ja klar, Musikvolumen kannst du essen, dass es so laut bleibt. Ist mir klar. Fuck hier apply, wir haben... Weil sonst haben wir nämlich ein paar Probleme wegen... Was sagen, dein Charakter sieht ganz schön behindert aus. Nee. Hallo. Was ist das denn? Du bist so schön. Ja, ähm... Pass auf, wir verbinden jetzt ein paar Teile. Boah, der geil, Mann. Guck mal, das verbinde ich jetzt damit. Ui. Das verbinde ich jetzt damit. Ich probiere das. Hä, wie machst du das? Ich weiß es nicht, ich kann es auch... Ach. Ich kann sowas eigentlich nicht zusammenbauen. Da ist eigentlich Ricky zuständig, der kann das. Das ist also ein anderer Fall. Okay. So, zack, jetzt gibt es hier irgendwo noch... Floating good. Floating. So, verbinden. Maximale Verbindung. Das ist ein Boot schlecht fliegen. Floating, ne, denke ich mir auch nur. So, zack, ja, im Physikern reicht es schon, nee. Wie, war, bin, hat man dieses Scheiß-Teile-Alter? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich bin drin. Ich packe es jetzt einfach so auf. Penetra... Ah, nee, warte, ich dachte, das wäre ein Penetrator, aber du brauchst ja Penetrator. Super. Außer mir ist es so anders geschrieben, ne? Ja, Penetrator, ja, oder was du da auch steht. Wie verbindet man das denn? Warte, ich probiere es das KW raus. Danke, danke, danke. Wir müssen noch zusammenbleiben. Ja, reicht so, pack sein. Sag, jetzt schuldig, ich sag, ich hoffe mal, das reicht jetzt so. Warte, 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 ich probiere es aus. Ne. Was ist das? Wie ist das denn da hinten hingeführt, unsere Tür ist weg? Was ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Das ist dein Teil, ne? Ja, ich wollte es ja mal keine Ahnung, was ist. Ganz ehrlich, hier kommt, das steht, dass es gut ist. Wollen wir mal das ausprobieren. Komm, wir bauen los, Mann. Weißt du, wie man das ist? Alter. Alter, die Dinger fliegen wie, 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 wie in Flüschung. Geht ihr das mal an? Ja, ich sehe es. Ey, Mann, ey, ich checker nicht. Das ist auch noch nicht aufscheißig. Die Dinger flippen weg, als wäre das keine Ahnung. Guck mal, ich hab ein... Oh. Ach, komm. Ich hab ein Brot gebaut. Tschüss, aber. Ich scheiße. Wie verbindet man nicht scheiße? Wie ist das eigentlich nicht nachgeguckt? Ah, nee, schon. Guck mal hier, das ist schön. Ich weiß es doch selber nicht. Ich muss mir mal ein Tutorial dazu angucken. Ja, es hätte ich dann noch vorher erregeln. Ja, ja, brauche ich nicht. Lass uns hier draufsetzen. Wir haben ja noch eine Minute Zeit danach. Lass uns die Flut mit ansehen. Nee, ich... Ich weiß, ich kann das. Du kannst das, mhm. Ja, ich weiß. Ein Snowman. Yeah. Yeah. Schön. Very bad. Alright. Mit einem Mülltraum, meinst du da auf? Kannst du schwimmen? Wow. Ja, Mann. Okay, damit hab ich das gar nicht... Alter, was ist denn? Was ist denn passiert? Damit hab ich das gar nicht eigentlich nicht gerechnet, dass genau... Kann ich andere damit... Die sieht auch so kompetent aus. Guck mir in die Augen, wenn ich spreche. So, okay. So, das kommt jetzt hier dran. Okay. Wir haben noch einen, sozusagen. Oh, freu dich. Sag mal. So. Guck mal, hier. Ich hab ein Heft gemacht. Wo ist der Teil denn jetzt hingelernt? Die Dinger, die flitten sich so zu Tode. So, sag ich, Alter. So, da ging. Lass mich mal. Ich führ mal mal was ausprobieren. So, sag, lass mal los, lass mal los. Das muss doch funktionieren, so, zack. Maximale Verbindung ist drin. Seil, wir könnten jetzt irgendwie... Ich probiere es jetzt noch mit dem Seil. So, jetzt baut da, 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 da an, ne? Okay. Wie hast du das denn verbunden? Also, wie kannst du das so in der Luft stehen lassen? Ähm, mit der anderen Seite, wenn du das Teil an hast. Was denn? Oh, bam, Junge, mit rechts, Dig, Alter. Verdeckt das Ding. Gut, gut, dass du es jetzt schon mal weißt. Ja, ähm, manchmal brauchen wir zu länger, muss ich alle Tassen ausprobieren. Hm, das funktioniert nicht, ja, nur noch wieder ein paar Sekunden Salz. Ich finde das, wir hören raus. Scheiße. Wir brauchen ganz viele Türen. Türen, 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 Türen. Wo sind die Türen, Mann? Ne, neben deinem Plastik, bei Plastik ist es mit drin, ansonsten, ich baue jetzt noch schnell ein paar Boote. Ich habe Boote gebaut. Mann. Wir haben noch sieben. Wir müssen jetzt auf dem Boot drauf. Hm, wir brauchen kein Boot, wir brauchen Türen. Ich weiß. Sag mal. Aber guck mal, da stimmt es halt, du, die überlegt. Hast du Waffen gekauft? Brauchen wir Waffen? Ja, wir brauchen jetzt Waffen. Wie gehe ich in die Waffen? Gegen Kuh und danach auf der linken Seite. Rappens, das ist nichts. Rappens. Okay. Und nimm, ich kaufe erstmal auch eine Handfeierwaffe oder so, macht das halt eigentlich schon aus. Und dann gibt es natürlich noch diese netten Raketenwerfer. Die da sie ist. Ja, sein Boot geht unter, da, er wird Stern. Das wird so sterben, ne? Guck mal, der da hinten auch. Ich will ganz ehrlich, dass die nicht töten, ne? Das ist das Wichtigste. Was? Wir wollen jetzt wenigstens einen einzigen töten, das ist das Wichtigste. Ja, sauber. Wie viel Munition hat man? Ich weiß es nicht. Aber wir sind irgendwie so die besten mit... A90, das steht unten links. Ach, schön. Stopp, stopp, stopp. Ich hab keinen Mühe zu machen. Der macht mein Brot weg. Äh, ja, ich... Ja, okay, der ist tot. Ich weiß, wie was. Ciao, Mann. Guck mal. Ich versuche gerade das da hinten. Ja, okay, komm. Wir müssen hier an was anders, äh... Ja, nee, das geht schon, das geht schon, das geht schon, das geht schon so. So, wir haben tausend noch was, nichts von auf einer Waffe, auf einmal. Hey, wie hast du denn das Ding, was du gerade hattest, ausgesucht? Ähm, das musstest du dir eigentlich mal kaufen. Du kannst hier oben, also... Ich hab' gekauft. Ein, zwei und sechs hab' ich. Sechs? Ich hab' ich jetzt? What the fuck, ich hab' gar nicht, hab' ich aber gar nicht gekauft. Ich weiß, was ich musste kaufen. Hab' ich aber, steht hier. Scroll mal, scroll mal so ein bisschen. Ja, hab' ich, komplett durch. War alter. Du hast, das musst du ja bei dir grün anzeigen, ne? Ja, ist es. Wahr. Oh, aber das kommt dann in der nächsten Runde, das kann natürlich auch sein, dass er halt scheiße. Guck mal, der da hinten steht da auf. Oh, ich muss ja wirklich mal schießen. Warte mal. Huiiii. Ich hab' noch mal ein bisschen vor dir. So, zack, jetzt können die... Alter, sind wir hier echt die Einzelnen, die noch leben? Nee, da hinten und da hinten auch noch. Nee, oder? Da hinten auch noch jemand. Nee, wir sind die Einzelsten. Wir haben die da hinten. Jungen. Mit den da hinten. Ja, genau. Werden meine Tüter stört man. Auf meine Tüter stört man. Das ist meine Tümer. Die auf dem fucking Boot drauf. Du kannst auf die Teile andere gehen. Geh drauf. Du kannst auf die Teile andere gehen. Und da sind noch zwei hin. Du kannst aber auf die Teile andere gehen. Okay, ich bin tot. Nein. Ich lebe noch. Das ist ein ganz schönes Passiker. Huiiii. Leute, da hinten ist ja noch einer. Siehste, da hat sie noch einer versteckt. Sieh... Alter, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal hier so ein bisschen weggehen. Wo? Hat sich da noch jemand... Oder? Doch. Nee, das wirst du nicht sein. Nee, 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 okay. Ich will mich jetzt gerade so ein bisschen vor der anderen verstecken, ne? Weil ich habe ja so... Ja, okay, jetzt hat der verstecken. Wir müssen die verschiedenen Stinken der Hüte. Ja, ich hab da diesen netten Feuert. Damit kannst du mich so nicht bewegen. So sag ich, in diese Richtung. Nee, das ist so dämlich. Ach komm, wir haben lange überlebt. Und wir nehmen aber noch. Oh ja, und das auch natürlich. Und auf ne ungekippten Boot. Also Leute, nicht vergessen, Boote sind wichtig. Auch wenn so ungekippt sind. Äh, nee, Mann, Alter. Das Ding ist doch echt. Wie viel Leben? Oh, noch 230, ey. Das ist halt nicht so nah an die... Wie mehr als ich da hinten, Junge? Geh da hinten. Ich hab nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, jetzt gehst du immer näher dahin. Helf, aber sie treffen mich nicht. In der Anführung, richtig inkubiert. Ja, anscheinend, echt. Los, komm, wie viel hab ich noch? 15? Oh nein, sie treffen. Sie treffen. Sie treffen. Sie treffen. Sie treffen. Sie treffen. Schieß einfach durch, Alter. Du kannst eh nicht mehr, was ich treffe. Ich weiß. Ihr werdet alle sterben und sowas von richtig. Ey, guck mal, da steht noch irgendwas von mir. Da steht auch immer noch serious Gamer. Kann ich nicht? Irgendwie geil. Ja, genau, Goast nimmer. Bitte für mich. Na, ändert voll viel, Mann. Kann ja mal gucken, wie ich hier nicht treffen. Okay, treff, 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 treff. Ich sag, okay, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Na, ich will da drauf, nein. Komm, lass mich da drauf. Nein, 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 scheiße. Immer ein dritter. Ey, ja, voll voll geil. Und im Team zweiter. Ja, genau, in der muss man schaffen. Wir sind insgesamt... ...tallend, giant boatman. Wir waren voll gut. Wir müssen uns irgendwo in der Ecke verbissen. Und ich glaube, das ist mit Rechtsklick ganz einfach mit einem festmachen. Wir sind einfach nur inkompetente Menschen. Das glaube ich eigentlich auch. Ich habe das noch nie mit einem Rechtsklick ausprobiert. Pass auf, Kauf dir, hattest du voll eine Waffe oder sowas? Klar. Ja. Ich frage bloß nur eine MP. Das ist wichtig. Und schien wir uns. Ich will, dass wir das sind. Ja, wir können eigentlich hier bleiben. Das ist richtig aus. Ich sage, ich probier's nochmal diese Toolgang mit verbinden. Nein, die Toolgang kann nicht so werden. Nein, die Toolgang kann nicht so werden. Äh, diese Bronze. Ich habe mich auch nicht festgebracht, aber... Da stand bei mir sich... Das sing... Äh, Christ, Bronze. Aha. Okay. Ich hatte es gar nicht so weit, dass es sich verbunden hatte. Für einen kurzen... Ja, dann mach es wieder. Ich war halt... Das war mit... Und zwar, es gibt ja noch die... Also, dass du das verbinden kannst. Das stand bei mir gerade hier. Nein, nein. Ich bezahle keine 10 Dollar, nur um Bronze zu sein. Ja, klar. Mach das mal, ne? Geil, Mann. Ich bin drauf. Nein, 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 nein. Moment, was? Oh, oh. Oh. Ach so, das machst du? Warum bewegst das? Das ist gerade... Das ist das Einzige, was wir jemals verbunden haben. Ich weiß. So, zack, jetzt hier. Oh. Oh. Oh, bist du ein... Hier nicht. Lass es einfach zusammen. Ich weiß doch nicht. Warte mal, können die Dinger hier, die ich gerade in der Hand habe, überhaupt fliegen? Schwimmen, meinst du? Fliegen ist mir scheißegal. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Da ist Wasser. Ja, ja. Die fliegen immer drauf. Ich muss probieren, ob es funktioniert. Zack. Mit der Trugand. Ich hab's. Siehst du, ob du gesagt hast, das ist richtig. Das funktioniert irgendwie, aber... Oh, Mann. Oh, oh. 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 Tambor marting, guck'. Hallo. Also ich baue noch für die Mega Sachen, wie ich baue mit dem Floß? Wieso machst du hier Bote? Ich kann mal nicht. Ich kann mal nicht. Ich kann nicht lassen. Ich kann mich verdient. Ich komme nicht aus dem Boot raus. Jetzt sowas aus dem Boot raus. bitte ich weiß das will ich eigentlich nicht ja was ist das in die scheiße es funktioniert gerade irgendwie nicht aber irgendwie ist trotzdem der barmier voll hart ich glaube wir sind mal hier bei unten irgendwie noch im team mit reinpacken ich probiere mal aus headshot will nee hey short oder will ich kommen wir in weiten ihn jetzt einfach mal das player soll werden bald sein ist einig hört sich ganz gut an da unser bundesbehinderter als alles andere was man sich irgendwie bauen kann es gut was das hast du ja eine verlorene menschheit natürlich ich will fliegen die komische dna so und das sind die die bumper jungen sind äußerst wichtig vorgab ist er ganz ehrlich davon kommt es immer fett aus screenshot windows druck so fertig erst mal erinnert man muss halt wissen ich bin Ingenieur und so er wurde angenommen er hat den Bekannten nun im Weg können wir es gut ich mache um deswegen benutzt man auch immer gute Mülltonnen die sind sehr beliebt im und müssen kommen da steht auch perfekte Schränke in die Schuhe mann Welt in die Gäste mehr Geld sein dass Polen die ich komme nicht drauf sie sind gut können damit fliegen so schnell mit dem Ding so noch ein paar Mülltonnen und ich darf nicht so weit zu gehen